Der große Preis von Japan 2013 fand am 13. Oktober auf dem Suzuka International Racing Kurs in Suzuka statt und war das 15. Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2013. Berichte Nach dem großen Preis von Korea führte Sebastian Vettel die Fahrerwertung mit 77 Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso und 105 Punkten Vorsprung auf Kimi Riekeön an. Reed Bulliono führte in der Konstrukteurswertung mit 118 Punkten Vorsprung auf Ferrari und 119 Punkten Vorsprung auf Mercedes. Beim großen Preis von Japan stellte Pirelli den Fahrern die Reifenmischungen P0 Hard und P0 Medium sowie für Nesse Chintorato Intermediates und Chintorato Fullwets zur Verfügung. Mit Vettel, Alonso, Riekeön, Lewis Hamilton und Jenson Button traten fünf ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Als Rennkommissare fungierten Josep Arbit, Gary Connelly, Tekashi, Mittarashi und Emmanuel Pirro. Am Renntag gedachten die Fahrer vor der Fahrerparade der am Freitag verstorbenen ehemaligen Formel 1 Testfahrerin Maria de Velota. Im ersten freien Training erzielte Hamilton die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg und Vettel. Heike Kovalainen übernahm in diesem Training den Caterham von Charles Pick. Julius Bianchi hatte einen Unfall in der zweiten Degnerkurve. Dabei wurde sein Marange MR02 Chasses irreparabel beschädigt und er zog sich eine leichte Ehrenbogenverletzung zu. Auslöser des Unfalls war, dass Bianchis Arm zwischen Sitzschale und Chasses eingeklemmt wurde. In weitere Unfälle waren Guido van der Garde und Pastor Maldonado verwickelt. Im zweiten freien Training übernahm Vettel die Führung vor seinem Teamkollegen Mark Weber und Rosberg. Sergio Perez und Maldonado blieben bei Unfällen unverletzt. Im dritten freien Training war Weber am schnellsten vor Hamilton und Rosberg. Vettel, der 9. wurde, nahm am Ende nicht mehr teil, da seine Kehrsbatterie gewechselt wurde. Adrian Sutil rutschte ausgangs der Spoonkurve in die Reifenstapel und beschädigte sich dabei den Frontflügel. Das erste Segment des Qualifyings wurde etwa drei Minuten vor Ende unterbrochen, da Jean-Erik Vernier mit brennenden Hinterradbremsen stehen geblieben war. Romain Grugin war der schnellste Fahrer. Die Marange und Caterham-Piloten sowie Vernier und Sutil schieden aus. Im zweiten Abschnitt war Vettel am schnellsten. Die Williams-Piloten sowie Daniel Ricciardo, Esteban Gutierrez, Paul di Resta und Perez schieden aus. Im finalen Segment fuhr Weber die Bestzeit und erzielte damit seine erste Pole-Position der Saison. Es gelang ihm zudem zum ersten Mal, Vettel im Qualifying 2013 zu schlagen. Vettel wurde zweiter, Hamilton dritter. Vettel hatte im letzten Abschnitt des Qualifyings allerdings wie im Training Kehrs Probleme und er musste im letzten Abschnitt auf die zusätzliche Leistung durch das System verzichten. Pick und Bianchi wurden aufgrund von drei Verwarnungen aus den vorherigen Rennen mit einer Startplatzstrafe in Höhe von zehn Startplätzen belegt. Sutil wurde wegen eines vorzeitigen Getriebewechsels fünf Positionen nach hinten versetzt. Da Pick im ersten Segment des Qualifyings eine rote Ampel überfahren hatte und er bereits beim vorherigen Rennen mit einem ähnlichen Verstoß aufgefallen war, wurde er für das Rennen mit einer Durchfahrtsstrafe belegt, die er innerhalb der ersten fünf Runden absolvieren musste. Es war das erste Mal, dass eine Durchfahrtsstrafe vor einem Rennen ausgesprochen wurde. Grogin startete vom vierten Platz am besten und übernahm direkt die Führung vor Weber und Vettel. Grogin zog in der Innenbahn an den anderen Piloten vorbei. Vettel, der auf der rechten Seite von Hamilton und auf der linken Seite von Grogin überholt wurde, berührte mit seinem Frontflügel den Hinterreifen von Hamilton. Dabei wurde Hamiltons Reifen und Vettels Frontflügel beschädigt. Während Vettel ohne Reparatur weiterfuhr, erlitt Hamilton einen Reifenschaden und ging nach der ersten Runde zum Reifenwechsel an die Box. Darüber hinaus gab es in der ersten Kurve eine Kollision zwischen Bianchi, Chilton und Van der Garde, bei der Bianchi und Van der Garde ausschieden. Van der Garde war zwischen den beiden Marange-Piloten eingeklemmt worden, verlor seinen Frontflügel und fuhr infolgedessen in den Reifenstapel. Bei Van der Garde's Aufprall wirkten mehr als 20 Gramm auf seinen Körper. Pick absolvierte eine Durchfahrtsstrafe, die bereits vor dem Rennen ausgesprochen worden war, in der ersten Runde. Während Grogin das Rennen vor den beiden Red Bull-Piloten anführte, gab Hamilton nach sieben Runden an der Box auf, da sein Fahrzeug nicht mehr intakt war und nach rechts zog. Im Mittelfeld gab es zu dieser Zeit mehrere Positionskämpfe. Rie Köhnen ging an Button vorbei und Rosberg, Felipe Massa, Alonso und Nico Hülkenberg lagen dicht beisammen im Duell um den vierten Platz. Ferrari forderte Massa zu diesem Zeitpunkt auf Alonso vorbeizulassen, er ignorierte diese Order aber, da er eine Team-Order in dieser Rennphase als nicht richtig erachtete. In der achten Runde begann die Phase der Boxenstops. Die Spitzengruppe wartete etwas länger. Weber ging in der elften, Grogin in der zwölften und Vettel in der vierzehnte Runde an die Box. An den ersten drei Positionen änderte sich durch die Boxenstops nichts. Rosberg wäre bei seinem Stopp beinahe mit Peres kollidiert, da er zu früh losgelassen wurde. In Folge dessen erhielt er einen Durchfahrtsstrafe. Hülkenberg kam durch die Stopps an den Ferraris von Massa und Alonso vorbei und lag hinter Ricciardo, der auf der härteren Reifenmischung gestartet und noch nicht an der Box war, auf der fünften Position. In der zwanzigste Runde gab es in dieser Gruppe mehrere Positionsveränderungen. Hülkenberg fuhr vor der 130 R an Ricciardo vorbei und auch Alonso überholte Ricciardo wenig später, nachdem er bereits an Massa vorbeigegangen war. Ebenfalls in der 130 R gingen Reikön an Gutierrez sowie Rosberg an Batten vorbei. In der fünfundzwanzigste Runde ging Weber zum zweiten Mal an die Box. Er war auf einer Drei-Stopp-Strategie, im Gegensatz zu Grogin und Vettel, die zwei Stops geplant hatten. Grogin ging in der neunundzwanzigste Runde an die Box und übergab die Führung damit an Vettel. Vettel blieb, obgleich er dieselbe Strategie wie Grogin verfolgte. Bis zur 37. Runde auf der Strecke und wechselte erst dann zum letzten Mal seine Reifen. Weber übernahm die Führung. In der Zwischenzeit hatte Ricciardo wegen eines Überholmanövers gegen Sutil, bei dem er die Strecke in der 130er verlassen hatte. Eine Durchfahrtsstrafe erhalten, auch Massa musste eine Durchfahrtsstrafe absitzen, da er in der Boxengasse zu schnell gewesen war. Bei den zweiten Boxen-Stops gab es bei beiden McLaren-Piloten ein Problem mit der Radmutter hinten links, so dass diese Stops etwas länger dauerten. Vettel holte nach seinem Stopp mit den frischeren Reifen schnell auf Grogin auf und überholte diesen in der 41. Runde auf der Startzielgeraden. Weber, der etwa 15 Sekunden Vorsprung auf Vettel hatte, ging eine Runde später an die Box, so dass Vettel wieder die Führung des Rennens übernahm. Weber wählte für seinen letzten Stint im Gegensatz zu Vettel und Grogin die weichere Reifenmischung. Weber schloss in den nächsten Runden ebenfalls auf Grogin auf, kam aber zunächst nicht vorbei. In der vorletzten Runde konnte Weber Grogin in der ersten Kurve überholen. Darüber hinaus gab es mehrere Duelle auf der Strecke. Perez erlitt einen Reifenschaden nach einem Zweikampf mit Rosberg, bei dem sich Reifen und Frontflügel berührten. Hülkenberg wurde in den letzten zehn Runden zunächst von Alonso und kurz vor dem Ziel auch von Reikön überholt. In der letzten Runde ging Button an Massa vorbei. Vettel gewann schließlich sein fünftes Rennen in Folge. Er ist der sechste Pilot nach Alberto Escheri, Jack Brabham, Jim Clark, Nigel Menzel und Michael Schumacher, dem dies gelang. Weber wurde zweiter vor Grogin, der zum ersten Mal in dieser Saison eine Podestplatzierung erzielte, ohne dabei von seinem Teamkollegen Reikön geschlagen worden zu sein. Alonso wurde vierter und verhinderte damit den vorzeitigen Titelgewinn Vettels. Reikön wurde fünfter. Die Top 10 kompletierten Hülkenberg, Gutierrez, Rosberg, Button und Massa. Vettel baute seinen Vorsprung in der Fahrerweltmeisterschaft damit auf 90 Punkte vor Alonso auf. Zum Titelgewinn aus eigener Kraft fehlten Vettel zu diesem Zeitpunkt bei noch vier ausstehenden Rennen 10 Punkte. Alonso müsste zum Gewinn der Weltmeisterschaft mindestens drei der vier verbliebene Rennen gewinnen und einmal Zweiter werden. Während Vettel maximal zwei Punkte holen dürfte. Auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft blieben die ersten drei Positionen unverändert. Auch Red Bull besaß die Möglichkeit, den Weltmeistertitel beim folgenden Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen. Kommentare der ersten drei Fahrer-WM-Stände nach dem Rennen Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt.